Hohoho zusammen, hier ist wieder Ben und ich habe ein paar Tricks gesehen. Diese könnt ihr ganz leicht machen, einmal kurz aufpassen, dann lasst es krachen. Da Friedi hat geschrieben, vielleicht könntest du mal einen Tipp für Yasuo geben, please? Und den sollst du natürlich bekommen. Erstmal alles Gute zum Nikolaus. Im heutigen Türchen geht es um seine Q und seine W-Fähigkeit. Mit Stahlsturm sticht ihr nach vorne und nach zwei Aufladungen sogar noch einen kleinen Tornado hinzu, während ihr mit der Windmauer sogar einen kleinen Windwall aufbaut, mit dem ihr alle Projektile abfangen könnt. Was ich euch nun zeige, ist der Animationsabbruch mit diesen Fähigkeiten, denn normalerweise braucht jede dieser Fähigkeiten ihre Animation. Das heißt, bei der Windwall schneidet ihr sozusagen einmal vor euch längs und mit der Q sticht ihr einmal so nach vorne. Diese beiden Fähigkeiten könnt ihr aber in einem Stoß sozusagen hinaussenden. Dazu müsst ihr einfach euren W benutzen und einfach schnell noch den Q hinterher schmeißen. Damit ist die Animation des Qs sozusagen in dem W drinne. Das ist ein unheimlich geiler Trick, weil er erstmal den Gegner wenig Reaktionsmöglichkeiten gibt, weil er eigentlich nur die Animation des Windwalls sieht. Sehr geil ist das, wenn ihr zwei Aufladungen auf dem Q habt, weil dann schickt ihr ja sozusagen so einen kleinen Tornado hindurch. Und damit könnt ihr dann super in eurem Ultimate springen. Wirklich ein sehr schicker Trick und gibt auf jeden Fall ordentlich Style Points. Das war der Trick für heute. Ich wünsche euch jetzt noch einen besinnlichen Nikolausabend und dann sehen wir uns morgen zum 7. Dezember und zum 7. Türchen. Schreibt euren Vorschlag noch schnell in die Kommentare bei Facebook und bei Twitter. Und dann habt auch ihr die Chance, einen Mystery-Skin von mir zu Weihnachten zu bekommen. Habt einen schönen zweiten Advent. Untertitelung des ZDF für funk, 2020